Also meine Damen, Sie sind unsere Ehrengäste. Wenn Sie möchten, sind Sie unsere Ehrengäste. Ja, wir fangen pünktlich an und ich habe mich gut vorbereitet, nachdem ich ja gut betreut werde. Schön, dass Sie alle da sind zur heutigen Seniorenmesse. Dann war mir erst der Gedanke, liest der Pfarrer eine Messe? Das wird er selber erklären. Oder Messe ist eigentlich mehr Ausstellung. Dann, was mich sehr freut, dass wir ja so groß aufgestellt sind in Bezug auf die Aussteller. Landkreis Erding, Ebersberg, dann im Einzelnen möchte ich das auch wirklich hier ansprechen, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vorab natürlich an Herrn Klinger noch einmal begrüßen und die Frau Notz, die dann auch noch ein paar Grußworte zu uns sprechen. Von der Architektenkammer, an Herrn Gutjahr. Wir klatschen da mal am Schluss, wir sparen unsere Kräfte. Maria Sommer vom Aktivkreis Senioren. Frau Gruber und Frau Springer von der Abomarkt Schwaben. Die Frau Mellwald von der Betreuungsstelle Ebersberg. Der Herr Ulbricht Caritas Insolvenzberatung, sicher ganz ein wichtiger Bereich auch. Dann die Birgit Tempe Opitz vom Hospizverein, war ich vorher schon vorne auch. Verkehrswacht, der Herr Schweider. Dann Caritas ist hier mit der Frau Deile. Hauswirtschaftlicher Fachservice, hier gleich um die Ecke. Aus Poing wird der Herr Rappold noch kommen. Vom Ordnungsamt wird über das Fahrradfahren sprechen. Der Herr Bayerl, der oft und immer da ist, Gott sei Dank, mit seinem Team. Die Frau Grell wird im Workshop vom TSV uns dann noch entsprechend im Workshop ihre Leistungen anbieten. Von der VHS, die Frau Semmerath, die Frau Tappe, der Peter Mayer vom Ortsverein. Dann, was mich besonders freut, dass mein langjähriger Freund, der Pitt Stöckel. Wir sind beide gleich alt. Er hat jetzt die VDK in Polen übernommen, ganz eine tolle Geschichte. Also von daher, uns geht die Arbeit nicht aus, wenn wir mal nicht mehr arbeiten. Nicht mehr gegen Enkel, jetzt machen wir es gegen Bürgermedalien oder so irgendwas. Weiß ich es auch noch nicht. Also reich werden wir mit dem Ehrenamt nicht. Das wissen wir. Und wer sagt immer so schön, die da oder wer. Altern ist nichts für Feiglinge oder so. Wer sagt das immer? Das ist auch ein guter Spruch. Da ist was dran, aber wir sind alle mutig. Die Susanne Knot vom Familienzentrum, Peter Mayer und seine Frau im Bereich Mega. Und jetzt habe ich sicher noch viele vergessen. Herr Ganslmeier, Sie tun sehr viel für uns. Und ja, ja, das muss man schon sagen. Der Ludwig und alle zusammen einfach, die vorbildlich sind. Und die möchte ich ganz herzlich begrüßen. Zum Angebot her habe ich gerade eigentlich verbunden. Die, die da sind, was sie anbieten, Workshops und Vorträge. Ich möchte mich am Schluss bei Ihnen bedanken, für die, die gesponsert haben. Für die, die das Ganze organisiert haben und die Teilnehmer. Also gesponsert hat die VR-Bank und die ARGE. Das glaube ich muss man, darf man sagen. Dann die Organisatoren war der Seniorenbeirat, der Pflegestern, VdK, AWO, Familienzentrum. Das Netzwerk, das von der Monika Mayer sehr vorbildlich geführt wird mit Protokollen, mit Aufgaben. Und so finde ich ganz, ganz toll. Unsere Seniorenbeauftragte, die auch heute, glaube ich, so ein bisschen durch die Räume geht und alles ein bisschen organisiert und hilft und Getränke anbietet, wenn es notwendig ist. Und dann wünschen wir uns, dass wir viele Besucher bekommen. Vom Alter her habe ich noch mal kurz geschaut in unsere Statistik. Wir sind stark. Also wir, ich auch schon fast. Wir fangen zwar mit der Statistik erst bei 66 an. Und da sind wir über 2000. Das ist von 16.200 Einwohnern nicht wenig. Die stärkste Gruppe ist natürlich zwischen 19 und 65, aber das passt ja irgendwie nicht vom Vergleich her. Das sind über 10.000. Aber 2000 Leute im Poeng, die 66 Jahre und älter sind, wohlwissend, dass unser Altersdurchschnitt 38 ist. 38 Jahre. Und heuer, glaube ich, im Frühjahr, haben wir ganz knapp wieder den Rekord, den Geburtenrekord in Deutschland, glaube ich, um zwei Babys versorgt. Und also irgendwo ist dann trotzdem interessant, so die Zusammensetzung. Und ja, und dass man mit 66 und Eltern noch viel machen kann und viele Angebote hat, dafür sind wir heute da. Danke, dass Sie da sind. Danke für Ihr Engagement. Und dann bitten wir Sie oder die beiden um Ihr Grußwort. Danke. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017